Der wohl beste Trick gegen Motten. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was hat Lavendel mit Motten zu tun? Das ist ganz einfach. Motten und viele andere Schädlinge verabscheuen den Geruch von Lavendel. Wenn ihr euch jetzt also präventiv gegen Motten schützen wollt, dann helfen unsere Lavendel-Sächschen von Green Hero. Wie ihr im Video sehen könnt, sind die Sächschen ganz einfach zu installieren. Einfach im Kleiderschrank oder an anderen Stellen, die hier bei mir die Kleiderstange aufhängen. Der wohl beste Nebeneffekt von diesen Sächschen ist, dass euer Zimmer unglaublich gut riecht. Zusätzlich gibt es in unserem Shop eine Pheromon-Falle, auf der halt Motten direkt hier bleiben. Ihr könnt das Produkt ganz einfach unter futura-shop.de erwerben. Für weitere Videos macht das Plusnext.